Musik 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 Wir müssen schon los, ne? Ja, ich weiß Mals Wetter aktualisieren Rote Schrift raus Musik Oh, da wollen jetzt aber viele einsteigen Jo cynical Einmal normal Einmal nochmal, bitteschön Guten Abend. Picket Akkord verkauft. Eins, zwei... Innerhalb von drei Sekunden ein Fahrschein verkauft. Sag, nächsten Fahrschein. Stopp, Schild. Nein, der Brücke. Stopp, Schild. Boah, Reusper, Reusper. Und das hat er aber Gelenkbus freundlich gebaut, hier, die Ausfahrt. Das ist ein Fahrtheater. Nein. Die schaltet schon wieder eine zu weit. Dieses Ibi's, du. Tag, Herr Kollege. Warum die alle nur mit dem Single-Bus durch die Gegend fahren und wie so bekloppt sind und einen Gelenkbus nehmen, ey. Ich verstehe das nicht. Können auch einen Doppelgelenkbus fahren. Gibt es denn schon einen, wie noch haben sie? Nö. Komm, fahr jetzt mit deinem Golf. Oh, kommt mir der Kollege von der 1 entgegen. Tag. Jo, bitte gerne. Nächste Haltestelle. Königsthaler Begründung. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Am geilsten fände ich ja die Ansagen immer noch bei der Eurobahn. In Kürze erreichen wir Neuss Hauptbahnhof. Und dann, dü-dü-dü-dün. Nächste Schöpfung ist ein neues Hauptbahnhof. Ich stehe jetzt an der Königsthaler Brücke mit Minus 0,2. Josef Theater. Minus 1,4. Okay, kriege ich auch hin. Puck. Ampel ist noch grün. Gelb. Ich bin mal wieder über Rot geheizt. Ah, nicht schlimm. Kennen wir ja nicht anders von dir, ne? Josef Theater. Fast Vollbremsung. Halt die Fresse ein, Blude. 0,9. Die Fresse... Nö, sicher nicht. Ist mir angewachsen. Brauche ich nicht halten. Danke. Manfred. Ey, ich stand schon mit offener Tür und dann so... Mein Gott. Nö, 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 nö. Diese Videos dann auch nochmal anzugucken von einer anderen Sicht, weißt du? Was man selber ja gemacht hat, das weiß man ja, ne? Ja. Aber die andere Sicht, die ist dann schon genial, weißt du? Ja. Warum rase ich eigentlich so? Ich bin doch schon am Marktplatz. Ach, Blinker brauche ich hier gar nicht. Guten Abend. Was willst du? Einmal auf die Fresse. Kannst du haben. Mach dann aber 5 Mark, ne? Ja, ich habe ja noch Mark drin. Ja, wir haben ja noch Mark drin. Genau, wir sind ja im Jahre 2014. Ja, wir haben schon wieder die Deutsche Mark. Richtig. Und Gerhard Schmerz, der Bundeskanzler. Jo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Jo, kriegst du deinen normalen Fahrschein? Aber ich hätte mal eine Frage. Danke. Wieso kaufen sie eigentlich keine Tageskarten? Danke. Oh, eine Kurzstrecke. Das ist mal was anderes. Das ist mal was anderes. Bitteschön. Man verkauft nichts. Sehr gut. Einsteigen. Türen schließen automatisch. Kurzstrecke. Eine normale Fahrkarte mit dem Zehner. Dafür könnte ich dich ja schon wieder rückwärts aus dem Bus treten. Damit du mit dem Salto, mit dem Kopf in die Scheibe reinfliegst. Johannes Bastei. Wo bist du gerade? Ich fahre gerade Richtung Johannes Bastei. Da bin ich weg. Aber Ampel ist rot. Was macht man denn da? Oh, Ampel grün. Ja. Das macht man da. Guten Abend. Willst du wieder Verfrühung sammeln, damit du dir noch einen Kaffee holen kannst, oder was? Nö. Da kommt schon wieder ein Eins entgegen. Ja, die fahren hier im Fünf-Minuten-Takt, so wie das aussieht. Was willst du? Oh, ich drücke aus Reflexen immer als normal. Da will ich einen Fahrschein und dann will ich einen Kurzschrecker haben. Wirst du gut. Sollen wir mal was anderes, oder? Ja. Ja. Ach, da kommt mir ein Eins entgegen. Ach, ist das schön. Aber so viele Kirchen, glaube ich, in einer Stadt habe ich noch nie gesehen hier. Universität. Ach, scheiße. Ich muss ja hier schon nichts abbiegen. Jo. Weißt du, was ich jetzt mache? Solange der Golf da steht und die Truller über die Straße läuft, nehme ich dem jetzt die Vorfahrt. Guten Abend. Brauchen wir auch nichts sagen. Nö. Maul zugenäht. Aber so von der Streckenführung, muss ich sagen, die Karte ist richtig geile. Ja, gefällt mir. Hat Potenzial zum Ausbau. Auf jeden Fall. Universität. Klar gibt es ja natürlich so da ein oder andere Defizit noch hier. Aber man kann ja nicht immer gewinnen. Nee. Ja, fahr jetzt. Oder soll ich dich um eine Kuh vertragen hier? Ach, weißt du was? Dann bleibst du halt stehen. Ist mir doch wurscht. Weißt du, was ich jetzt, glaube ich, gleich schildere? SB1. 001 35. Ach nee, jetzt habe ich NE1. Dann muss es die 30 sein. Keine Frage. Hallo. Jo. Eine Fahrkarte kriegst du. Bitteschön. 001 30. Machst du wie in Nöttingen einen Schnellbus draus? 1 2 0. Ach, jetzt habe ich SB1 oben drin stehen. Machst du wie die? Ich habe jetzt SB1. Aber jetzt ist ja kein Schnellbus. Mir doch egal. Ich habe jetzt einen. Die Barger Straße. Ach, hört mir gut. Wer hat denn da gedrückt? Tak. Peutelberg. Peutelberg. Eine Kurzstrecke. Klar. Kannst du haben. Peutelberg. Was macht denn die Heizung eigentlich im Bus? Boah. War bei mir am ZOP noch auf 16 Grad. Ich habe das eigentlich schon ganz gut eingestellt. Brauchen wir nicht kommen. Ist doch eh alles automatisiert hier. Ja. Neueste Technik. Mein Bein juckt. Das Gasfuß? Der Gasfuß? Ja. Schlecht. Nein, ich muss gerade wirklich platzen. Los, der Platz. Alter. Bestimmt die Epidemie. Ja. Gicht, mein Freund. Gicht. Ah, da wurde gerade eine totgefahren vom VW-Transporter. Oh. Und diesmal bist du nicht beteiligt, ne? Nein. Ist aber schon schade, oder? Nein, gar nicht schon. Klosterplatz. Tag. Ne, ihr braucht auch nicht grüßen. Aber ich warte jetzt hier am Klosterplatz mal eine Verfrühung von zwei Minuten ab, ne? Oh, scheiße. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich stehe mit minus vier am Tiergarten. Läuft bei dir. Ich würde sagen... Ja, ESP, ne? Äh... Ich kann dann sogar mal den Motor eben ausmachen, ne? Könntest du ja. Sehr geehrte Fahrgäste. Ich bitte sie, das Rauchen und das Quatschen einzustellen. So, jetzt machen wir noch ein Schokocino. Jo, mach das. Aber beeiligt, ne? Ich dachte, dass du wieder eine Minute Verspätung hast. Ich laber nicht. Schweine labern auch nicht, ich weiß, ja. Dieser Freddy mit seinem Schokocino hier. Das ist doch fast eine Frechheit, oder? Und ich habe nur mein olles Bier hier. Naja. Kann man nichts machen. Kann man machen. Nichts musst du gucken zu, ne? Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist da einfach, äh... durch den Bügelsteig gegangen. Irgendwie. So, als wäre das nichts, als wäre das Wasser. Das ist der Hammer, ey. Bitte keine Gläser fahren lassen da hinten, ne? Ich danke. Okay. Die fahren auch einfach, ne? Linkser Bieger haben eigentlich nie Vorrang, ja? Nie. Und die fahren einfach... ...die um sich KI, weil es geht. Okay. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020